So, hallo zusammen, wir schauen uns nun folgendes Integral an, und zwar das Integral von e hoch 1 durch x durch x² dx. Ja, um hier zu sehen, was man am besten macht, schein mir das vielleicht, also vielleicht sieht man das auch gleich, aber wenn man das so macht, ist das ziemlich offensichtlich, e hoch, also e hoch 1 durch x mal 1 durch x² dx. So, jetzt sieht man, dass hier was bei e ist, also 1 durch x, die Ableitung von 1 durch x ist ja minus 1 durch x², aber das Minus, ja, ist ja nur ein Vorzeichen, die Ableitung davon steht hier, und dann riecht das auch wunderbar nach der Substitution. Ja, schauen wir das hier auf. So, wir machen die Substitution. t ist 1 durch x dt nach dx. So, die Ableitung davon ist minus 1 durch x². Das bedeutet, dx ist minus x² dt und dann x², x² kürzlich weg. Das heißt, wir haben hier das Minus, können wir vor das Integral ziehen, e hoch t dt. Und, naja, das Integral von e hoch t ist e hoch t plus eine Konstante. dann re-substituieren. Minus e hoch 1 durch x plus c. Und dann sind wir auch fertig. Gut, dann hoffe ich, dass es euch hilft und euch auch weiterbringt. Und ich bin am Ende und setze einen Punkt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.